was ob und du wirst jetzt ein natürlich ob du bist mein kleiner mastermind hier bin ich schön was alles alles was dich lustig macht hätte ich fast gesagt aber ne gibt mal ein paar kristallpunkte an lightning bitte die kann es dringend gebrauchen was ist das ich würde sagen ein autos cooler das sind diese fliegenden dinge wie man sie aus dem intro schon gesehen haben das ja cool ich will auf das ding macht sogar guten schaden und das düst jetzt ein bisschen zu stark rum warte mal wir machen mal meter fertigkeit analyse gegen was ist er denn effektiv normal normal zustandsresistenzen ach du scheiße ja gut da kommen wir so nicht weiter ich würde sagen da müssen wir so ran im schock ist ja auch nicht schlimm haben wir uns in unserer datenbank gespeichert kann man ja mal machen würde ich jetzt fast partout behaupten jetzt geht es aufwärts wir müssen das hier nur noch halten ein bisschen ob macht jetzt das ding ja das war es jetzt ohne hier ohne alles so läuft das so liebe ich das ich habe echt wenig kristallpunkte achte mal wie hatte ich scheiße hatte ich jetzt noch nein ja länder will ich nicht unbedingt bei denen benutzen vitalisator würde ich fast sagen bei so vielen obwohl ich hätte da glaube ich eher das verteidigungs ding nehmen sollen schützen ja jetzt die haben mir schon wieder zu viel leben aber es aber ich das liebe ne patrouille b ja der kriegt ordentlich aufs gesicht wubelibupp da war es nur noch einer da hätte ich vielleicht gerade so ein bisschen zurückschrauben sollen aber egal der kampf ist gewonnen hier sind die siegen die siegen tschakalaka aus dem weg hier komme ich ich hätte mir dafür das ding aufbewahren sollen eternikum soll ich das ding mal ohne versuchen also jetzt quasi ich habe es vorher habe ich es auch die ganze zeit ohne diese ganzen items gespielt das ist mir hier gerade so ein bisschen zu suspekt wenn ihr mich fragt ich verlasse mich gerade zu stark auf items was wir ward stand da irgendwas mit mcmillen kg milan dürfte ich dich bitten dankeschön mein friend und ich würde sagen wir heilen uns jetzt erstmal schön gemütlich hoch so viel schaden macht das ding nicht sagte er und stirbt so jetzt machen wir hier ein bisschen da ein bisschen und sorgen für ein bisschen ärger seh da items sind nicht unbedingt immer von nötig aber so vereinfachen den kampf doch wesentlich schade dass man die nicht kaufen kann oder vielleicht kann man die ja kaufen und ich habe sie nur nicht gesehen bin zu sehr die ruhe selber paradigmen wechsel heilung so nicht kg milan komischer name für ein motorrad schön geht doch ja aber klar dass das nur zu wenig gibt leider mal kann ich jetzt hier was bringt das eigentlich wenn man diese rollen stufe da kriegt Ich verstehe es noch nicht so ganz Ähm Habe ich hier schon alles? So Habe ich hier auch schon alles freigeschaltet? Nö Ähm Tatsache Wir haben für alles haben wir Alles freigeschaltet Okay Etwas Schlimmes bevorsteht Ich habe schon keine Lust mehr wenn ich da tue Aktivieren Oh 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 Junge Ich bin innerlich nicht auf einen Bosskampf eingestellt Tulipan Ähm Was ist Ist das eine Mischung aus Affe und Wieser Samen? Jesus Christ Oh 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 Hey Lightning Nein, heil dich erstmal. Nein, nicht dich. Oh, was mach ich denn? Mann. So. Na, der Tulipan ist wieder ganz unten. Scheiße. Scheiße. Das war unschön. Egal, wir machen ihn langsam, aber stetig machen. Ja, natürlich. Und ich heile mich. Ich habe da auch vorgelegt. Komm schon, bitte. Du kannst viel machen, aber heilen. Oh. Jungs, das war knapp. Ich glaube, wir bleiben fast bei Heilung, wenn ich das so sehe. Er macht gar nichts mehr. Ja, jetzt kommt. Das ist doch jetzt wirklich ein Scherz. Leiden. Das ist doch jetzt wirklich ein Witz. Nein. Der Tulipan, der Tulipan. Was macht der mit mir, der Tulipan? Zack. Heilen. Lightning. Heil dich selber, meine Dame. Wieso ist der groß und rot? Das gefällt mir nicht. Oh, oh. Ich bin am überlegen, ob ich mich nicht selber mit Augmentor buffen soll. Komm schon, bin ich zu greedy? Nein. Ich bin zu greedy. So. Hope. Hope, du bist gerade meine einzige Hoffnung, hier den Kampf irgendwie zu überstehen. Lightning, komm. Warum brennst du nicht mehr? Hope. Scheiße. Lightning. Wie gut, dass ich aus manchen Spielen nicht gewöhnt bin, zu heilen. Das war allerdings nicht geplant. Wieso ist der wieder hoch? Lightning. Zack. Zack. Die Heilung. Die haben. Partition. Nicht gut. Okay, der Kampf wird lange dauern. Der wird extrem lange dauern, der Kampf. Aber wir werden sieben. Da bin ich ziemlich von überzeugt. So, jetzt machst du erstmal auf Mentor. So, jetzt machst du das. Machen wir erstmal Analyse. Halbiert, schwäches Blitz. Absorbiert Wasser. Alles klar. Schätze, Carbon-Reif. Hope. Halbiert Wasser. Halt dich jetzt nochmal. Die sind nicht, die merken sich das. Jetzt macht er wieder Blutrotor. Extermination. Blitzschutz. Ja gut, okay. Ja. Gerade haben wir es. So ein bisschen. Nein. Einmal bitte hoch. So. So. Solange wir ihn jetzt. Wir müssen ihn unbedingt. In so eine scheiß Schockphase bringen. Das kriege ich noch hin. Solange die Bafs noch aktiv sind. Das war echt gut, dass ich auch Mentor genommen habe. Ja. Los geht's. Was the first? Ja. Los geht's. Und insdel. Wie geht's. Hier. Lösungen. Vielen Dank.